Willkommen zu diesem Blue Bricks Hole. Ich war in weiter Stadt. Blue Bricks Store. So, mit Steinbursche. War sehr wenig Auswahl, muss ich sagen. Und da kauft man sehr viel Müll. So. Kennt ihr diese Blumen? Die. Und die muss man ja eigentlich nur mit denen verbinden. Ist eigentlich so die Sache von denen. Aber ich hab, glaube ich, ein bisschen zu viele Blumen gekauft. Man sieht es jetzt nicht so gut auf der Kamera. Aber wer weiß. Wer weiß, wie groß die. Wie viele Blumen da drinne waren. Ist es sehr viele dazu geworden. Ich hab auch mit den Teilen das Rathaus gefließt. Ja, ist jetzt nicht mehr, sag ich mal so, verlassen. Wie es gefühlt aussieht. Die Polizei-Station. Schaut auch nicht. So, Cutflates wurden auch viele eingepackt. Und ein Steinbursche hat es gesagt. Ja, pack doch welche mal ein. Ja, deine Lieblingsteile. Dann hab ich mir nur so, ja, viel Müll. Sag ich mal. Aber viele auch gute Teile. Nicht alle Blumen, keine Mauersteine. Also nur die hier. Damit Haus zu bauen, wird, glaube ich, sehr schwer. Ja. Hier von welchen. So, ähm. Ja, Cutblades. Hab ich schon gesagt. So eine Platte. Hab mir auch silbernes Lego. Ich mach's jetzt hier mal rein. Silbernes Lego ist leider kein echtes. Ja. Für den Preis hat der auch Mitarbeiter. Ich hab so gefragt, ist das überhaupt echtes. Ich hab eh geglaubt, nein. Also, falls ihr denkt, der Steinbursche ist, Steinjung ist dumm. Aber nee. Stimmt nicht. Ähm. Ja, ich hab eh schon gefühlt gewusst, dass es kein echtes ist. Aber dann hat er selbst gesagt. Und das kann eigentlich nicht sein, dass es echtes ist. Weil für den Preis hätte man sich dann viel gekauft. Jetzt laber ich mal ein bisschen Müll. Ist auch egal. Ähm. Dann werden die hier stehen geblieben. Ja, also. Diese Teile auch. Auch die. Misten wohl gerade eben, dass es nicht ist. Ist egal. Dann noch diese Teile. Ja. Und das war's eigentlich vom Hole. Ich kann euch jetzt nochmal zeigen, was ich gebaut habe. An meiner Stadt. Sieht man halt nicht so viel Unterschied. Ich glaube, die Stadt ist auch fast fertig. Das sieht hässlich aus. Ich weiß, also nicht hässlich, aber sage ich mal, die Platten halt sind nicht so gut. War so wie ein Prototyp, würde ich halt mal sagen. Hier drin hab ich gefließt. Alle Etagen. Bitte einen Applaus. So, und dann. Was hab ich noch gemacht? Das. Ja, du musst dich einfach tensieren. Ich bin nicht so gut im Leben. Und. Das war's eigentlich. Dann. Ciao. Ciao.